Das ist Heinz-Christian Strache. Heinz-Christian Strache ist Vizekanzler der Republik Österreich. Das ist Arthur Worsek. Arthur Worsek ist Schönheitschirurg und Leiter der Privatklinik Währing. Heinz-Christian Strache und Arthur Worsek sind gute Freunde. Jetzt will die Regierung manchen Privatkliniken 15 Millionen Euro zusätzlich zuschanzen. 15 Millionen Euro, die man unseren öffentlichen Kassen einfach wegnimmt. Und warum? Ganz einfach. Arthur Worsek's Schönheitsklinik bekommt jetzt plötzlich öffentliche Gelder. Zufall? Wir sagen Hände weg von unserer Sozialversicherung. Mein Herz für ein soziales Österreich.